Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie zum Thema im Schwerpunkt nachhaltige Gebäude begrüßen und Ihnen in dieser Einheit die Methode der Lebenszykluskosten vorstellen. Eine der grundlegenden Aufgaben der Analyse der Lebenszykluskosten ist es, die ökonomische Vorteilhaftigkeit von Investitionen und baulichen Lösungen zu beschreiben und zu bewerten. Diese Beschreibung und Bewertung wird der Investitionsrechnung zugeordnet. Beurteilt wird in der Regel das Verhältnis zwischen einem erreichten Ertrag, zum Beispiel der in Geld gemessenen Wertzuwachs, und den hierfür eingesetzten finanziellen Mitteln. Das Ziel dabei lautet, mit einem möglichst geringen Aufwand einen angestrebten Ertrag zu erreichen, bzw. mit einem gegebenen Aufwand einen maximalen Ertrag zu sichern. Das heißt, rechnet man lediglich mit Errichtungskosten von Gebäuden, wird nur ein geringer Teil der über den Lebenszyklus von Gebäuden entstehenden Kosten betrachtet. So können die lebenszyklusbasierten Vorteile von Varianten mit höheren Initialkosten in der Baupraxis oft nicht ausgeschöpft werden. Wie die Grafik zeigt, ist die Beeinflussbarkeit der Lebenszykluskosten von Gebäuden im frühen Planungsprozess am größten. Sie sinkt mit zunehmender Projektdauer bzw. steigende monatären Aufwände, um Änderungen im Hinblick auf die Reduktion der Lebenszykluskosten zu erreichen. In der frühen Planungsphase gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, Ansätze zur Reduktion der Lebenszykluskosten. Dies reicht von der nutzungsspezifischen Kriterien wie der Raumbelegung und Nutzungszeit über Fragen der Konstruktion bis hin zum Standort und der Berücksichtigung der dahingehenden Einflussfaktoren wie Fair- und Entsorgung, Orientierung oder Verschattung. Die Rahmenbedingungen zur Anwendung der Lebenszykluskostenberechnung sind in den einschlägigen Normen und Richtlinien sowohl auf internationaler, auf europäischer und auch auf nationaler Ebene beschrieben. Diese reichen von den Begriffsbestimmungen und Grundlagen betreffend die Berechnungsverfahren und die Berechnungsmethodik bis hin zu den Berechnungsparametern gebäudetechnischer Anlagen. Auf nationaler Ebene ist hier vor allem die Normenreihe P1801 Teil 1 bis 4 für die Ermittlung der Lebenszykluskosten von Bedeutung. Auf europäischer Ebene hat das Komitee CENTEC 350 ein Bewertungskonzept zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden erarbeitet. Die Bewertung der ökonomischen Nachhaltigkeit und damit auch die Ermittlung der Lebenszykluskosten von Gebäuden ist dabei in der EN 16627 Sustainability of Construction Works Assessment of Economic Performance of Buildings Calculation Methods beschrieben. Die oben angewandte Grafik zeigt einen Überblick über das europäische Rahmenwerk zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden, wobei dieses in vier unterschiedliche Level eingeteilt ist. Dabei unterscheidet man ein Konzept, ein Framework, ein Building und ein Product Level. Das dargestellte Diagramm beschreibt den Unterschied zwischen Lifecycle-Cost und Whole-Lifecycle-Cost gemäß der internationalen Norm ISO 15666 Teil 5. Unter Lebenszykluskosten, im englischen Lifecycle-Cost, versteht man Kosten im engeren Sinn, welche direkt dem Gebäude zugerechnet werden können. Zu den Lebenszykluskosten im weiteren Sinn, den sogenannten Whole-Life-Cost, zählen auch die externen Kosten. Gebäude haben eine sehr lange Lebensdauer. Sie werden konstant verändert. An ihrer Planung, Erstellung und Nutzung sind eine Vielzahl von Akteuren beteiligt. Deshalb entspricht der Gebäude Lebenszyklus, nicht dem Lebenszyklus anderer Gegenstände, wie zum Beispiel Werkzeugen oder von Konsumgütern. Grundsätzlich unterscheidet man drei Lebenszyklusphasen bei Gebäuden. Zu einer Seite ist das die Errichtungsphase. Diese beginnt mit der Absicht des Bauherrn und endet mit der Inbetriebnahme und Abnahme des Bauwerks. Die Nutzungsphase des Gebäudes umfasst die Nutzung, den Betrieb und Unterhalt, sowie Teil- bzw. Gesamterneuerung des Gebäudes, sowie den Umbau und die Rückbau- und Entsorgungsphase als letzte Phase, welche mit der Absicht beginnt, das Gebäude nicht mehr zu nutzen und rückzubauen und endet mit der vollständigen Übergabe aller Baustoffe an die Folgenutzungen. Um schlussendlich die wesentlichen Kostentreiber im Lebenszyklus von Gebäuden zu ermitteln, sind unterschiedliche Prozessflüsse wie Material, Energie, Abfall, Emissionen etc. zu quantifizieren und deren Relevanz in Form von Dominanz- und Sensitivitätsanalysen zu ermitteln. Jede Lebenszyklusphase besteht ihrerseits wiederum aus unterschiedlichen Prozessschritten. Infolge der langen Lebens- respektive Nutzungsdauern von Gebäuden sind für Lebenszykluskostenberechnungen verschiedene Annahmen zu treffen, welche zum Teil mit Unsicherheiten behaftet sind. Diese reichen von der erwarteten Nutzungsdauer des Gebäudes über den Einfluss des Klimawandels und die Auswirkungen auf den Standort bis hin zu sich ändernden normativen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Um den beschriebenen Anforderungen der Lebenszykluskostenberechnung gerecht zu werden, ist bei der Anwendung der Methode der Lebenszykluskostenberechnung strukturiert vorzugehen. Die Abbildung zeigt die erforderlichen Schritte zur Bewertung der ökonomischen Qualität von Gebäuden nach EN 16627. Dabei sind folgende Schritte durchzuführen. Man beginnt mit einer Zieldefinition sowie der Definition des Betrachtungsgegenstandes und der Definition des funktionalen Äquivalents, welches eine Vergleichbarkeit unterschiedlicher Varianten überhaupt erst ermöglicht. Die Beschreibung eines Szenarios zur Erfassung des Lebenszyklus bildet den zweiten Schritt. Dieser wird dann gefolgt von der Quantifizierung des Gebäudes und der Gebäudeteile sowie der Auswahl von ökonomischen Berechnungsparametern. Der fünfte Schritt ist die Auswahl der Berechnungsmethode und die eigentliche Berechnung der Lebenszykluskosten selbst und als Abschluss der Bewertung die Berichtslegung und das Review. Die Anwendung der Methode der Lebenszykluskostenrechnung ist dabei von zahlreichen Herausforderungen begleitet, welche von der durchgängigen Implementierung im Planungsprozess über die hinreichende Modellierung der Szenarien und hinterlegten Annahmen natürlich bis hin zu der transparenten und vergleichbaren Darstellung der Ergebnisse reicht. Im Hinblick auf die Ermittlung ökonomisch vorteilhafter Investitionsentscheidungen wird grundsätzlich zwischen der statischen und der dynamischen Methoden unterschieden. Während statische Verfahren die Investition nur bezogen auf ein Durchschnittsjahr betrachten, ist die zeitliche Struktur ein entscheidendes Merkmal der dynamischen Investitionsrechnung. Mehrere Perioden fließen in die Bewertung der Vorteilhaftigkeit einer Investition ein. Im Hinblick auf die Bewertung von ökonomischer Nachhaltigkeit von Gebäuden ist die Kapitalwertmethode oder wie in der Grafik bezeichnet die Net Present Value Method, eine etablierte Methode zur Ermittlung der Lebenszykluskosten von Gebäuden. Die hier abgebildete Grafik zeigt schematisch das Prinzip der Ermittlung des Kapitalwerts eines Gebäudes für einen Lebenszyklus von 20 Jahren. Bei der Kapitalwertmethode handelt es sich ja um eine Methode aus der dynamischen Investitionsrechnung. Das heißt, der Kapitalwert, im Englischen Net Present Value, ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl der dynamischen Investitionsrechnung. Der Kapitalwert ergibt sich somit aus der Summe der auf die Gegenwart abgezinsten zukünftigen Erfolge einer Investition. Durch die Abzinsung von zukünftigen Erfolgen auf die Gegenwart wird der Zeitwert des Geldes berücksichtigt. Das heißt, je eher man über Geld verfügen kann, desto mehr Wert besitzt es. Durch die Abzinsung von Erfolgen auf einen einheitlichen Zeitpunkt können auch Zahlungen vergleichbar gemacht werden, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfallen. Aus dem bisher Gesagten wird deutlich, dass die Berechnung der Lebenszykluskosten zahlreicher Annahmen und Kostendaten erforderlich sind. Einerseits kann hierzu auf verschiedene Quellen, wie zum Beispiel Kostenbenchmarks, wie Kostendatenbanken, periodische Facility Reports oder Kostenbenchmarks aus etablierten Gebäudezertifizierungssystemen zurückgegriffen werden. Andererseits stehen LCC-Basisdaten über einschlägige Nutzungsdauerkataloge wie den bekannten VDI-Richtlinien zur Verfügung. In der Praxis werden oft Kostenbenchmarks aus Referenzprojekten respektive aus Bürointernen Preisspeichern für die Berechnung der Lebenszykluskosten herangezogen. Wie eingangs erläutert, eignet sich die Methode der Lebenszykluskosten, um unterschiedliche Varianten in frühen Planungsphasen von Gebäuden zu vergleichen. Die Implementierung eines integralen Planungsprozesses für einen nachhaltigen, systemischen Optimierungsprozess eines Gebäudes mit Hilfe der Lebenszykluskosten. Durch die Anwendung der Methode der Lebenszykluskostenberechnung im integralen Planungsprozess können die lebenszyklusbasierten Vorteile von energieeffizienten, zukunftsfähigen und resilienten Gebäuden transparent quantifiziert werden und als Entscheidungsgrundlage neben den Errichtungskosten von Gebäuden dienen. Zur weiteren Vertiefung betreffend das Thema der Lebenszykluskosten von Gebäuden möchte ich abschließend auf die hier angeführte Literatur verweisen. Dieses Video schließt mit ausgewählten Aufgabenstellungen für das Selbststudium. Herzlichen Dank für Ihr Interesse!